Roborock ist ein führender Hersteller von Staubsauger-Robotern und die letzten Jahre war der S7 Pro Ultra immer das beliebteste Modell des Herstellers. Im Jahr 2023 hat Roborock jetzt den Nachfolger, den S8 Pro Ultra, herausgebracht, weshalb sich natürlich die Fragen aufstellen, wo sich die beiden Modelle ähneln und in welchen Punkten sie sich denn unterscheiden. Und ob es sich lohnt, den S8 Pro Ultra zu kaufen oder ob der S7 Pro Ultra doch noch ein besserer Deal ist bzw. von den Leistungen ausreicht. All diesen Fragen wollen wir in diesem Video auf den Grund gehen. Viel Spaß also beim Zuschauen. Bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, um alle wichtigen Infos zu erfahren. Wenn ihr den S7 oder S8 Pro Ultra nochmal für euch genauer unter die Lupe nehmen oder vielleicht sogar auch bestellen wollt, schaut auch gerne mal in der Videobeschreibung. Dort haben wir euch die beiden Premium-Saugroboter nämlich auch verlinkt. Lasst uns nun aber mal mit den Gemeinsamkeiten des S7 und S8 Pro Ultras starten. Da ist zum einen die Navigationstechnologie zu erwähnen. Sowohl der S7 Pro Ultra als auch der S8 Pro Ultra nutzen die LiDAR-Navigationstechnologie. Diese Technologie ermöglicht es den Robotern, das zu Hause präzise zu kartieren und effiziente Reinigungsrouten zu erstellen. Hier kann man sogar mehrere Stockwerke kartieren und erkennen, was eine flexible Reinigung in mehrstöckigen Häusern ermöglicht. Des Weiteren haben auch beide Modelle die automatische Teppicherkennung und Mobhebung. Beide Modelle verfügen über eine automatische Teppicherkennung, die die Saugleistung automatisch erhöht, wenn ein Teppich erkannt wird. Man hat hier auch eine automatische Mobhebungsfunktion, die den Mob anhebt, wenn ein Teppich erkannt wird, um eine Beschädigung oder Verschmutzung des Teppichs zu vermeiden. Der Teppich wird also nicht mitgewischt. Auch bei beiden Geräten gleich ist die automatische Schmutzentleerung und Mob-Waschfunktion. Denn sowohl der S7 Pro Ultra als auch der S8 Pro Ultra verfügen über eine automatische Schmutzentleerung in der Reinigungsstation. Diese Funktion entleert den Staubbehälter des Roboters nach jeder Reinigung automatisch in einem Beutel. Dies vereinfacht die Wartung und bietet auch die automatische Wob-Waschfunktion gleich mit dabei, welche den Mob nach jeder Reinigung automatisch reinigt und trocknet. Beides sind Premium-Modelle und kommen daher, wie gesagt, mit dieser Absaug- und Wartungsstation. Eine Gemeinsamkeit, die sich die beiden Premium-Modelle teilen. Auch sind beide per App steuerbar und besitzen sowohl eine Saug- und auch Wischfunktion, wie wir schon gehört haben. Und damit sind wir auch schon bei den Unterschieden. Als allererstes möchten wir hier das Duo Roller Riser Böstensystem nennen. Eine der Hauptunterschiede zwischen den Modellen ist das Böstensystem. Der S8 Pro Ultra verfügt über das Duo Roller Riser System, das eine noch effizientere Reinigung und weniger Haarverwicklungen garantiert. Im Gegensatz dazu verwendet der S7 Pro Ultra ein einziges Böstensystem. Hier kommen mehr Haarverhärterungen vor und die Reinigung ist wohl insgesamt auch nicht ganz so gründlich, wie jetzt beim neuen System des S8 Pro Ultras. Also das Böstensystem wurde noch einmal verbessert, genauso wie auch das Wischsystem. Der S8 Pro Ultra verfügt nämlich über das Vibra Rise 2.0 Wischsystem, welches eine verbesserte Wischleistung bietet. Es hat nämlich eine höhere Schwingungsfrequenz von bis zu 3000 Mal pro Minute und kann auch eine größere Fläche abbieten. Ein weiterer, sehr entscheidender Unterschied ist vor allem die Saugleistung. Der S8 Pro Ultra hat eine Saugleistung von 6000 Pa, der S7 Pro Ultra von 5100 Pa. Damit besitzt der S8 nochmal eine leicht bessere Saugleistung und ist damit auch in der Lage, noch tiefer sitzenden Schmutz und Staub aufzusaugen. Erwähnen muss man auch das etwas größere Staubbehältervolumen des S7 Pro Ultras. Dieser liegt hier bei 0,4 Litern. Der S8 Pro Ultra hat dafür einen 0,35 Liter Staubbehälter. Ein großer Unterschied ist auch die Verwendung von Beuten. Denn der S7 Pro Ultra verwendet Beutel, während das neuere Modell der S8 Pro Ultra dies nicht tut. Hier wird also die Wartung noch einmal vereinfacht. Insgesamt muss man jetzt im Fazit und der Kaufempfehlung sagen, dass sowohl der S7 Pro Ultra als auch der S8 Pro Ultra hochwertige Staubsaugerrobotermodelle sind, welche eine Vielzahl von fortschrittlichen Funktionen und Technologien bieten. Beide Modelle sind in der Lage, das Zuhause effizient und effektiv zu reinigen und bieten eine Reihe von Funktionen, die die Reinigung erleichtert und auch automatisiert. Wer das Geld hat, der sollte sich unserer Meinung nach für den S8 Pro Ultra entscheiden. Mit der höheren Saugleistung, dem verbesserten Dual Roller Riser Bürstensystem und dem neuen Vibra Rise 2.0 Wischsystem bietet er eine überlegene Reinigungsleistung. Darüber hinaus bietet er auch die automatische Wassertankbefüllung, vor allem also zusätzlichen Komfort, der auch sicherstellt, dass der Roboter immer genügend Wasser zum Wischen hat. Der S7 Pro Ultra ist jedoch immer noch eine ausgezeichnete Wahl, wenn man nach einem hochwertigen Staubsaugerroboter sucht, der eine sehr gute Leistung bietet. Er hat ebenfalls eine starke Saugleistung und bietet viele der gleichen fortschrittlichen Funktionen wie der S8 Pro Ultra. Außerdem ist der S7 natürlich jetzt aktuell heruntergesetzt, weil es eben das neue Modell, den S8, gibt und auch die meisten Kundenstimmen tendieren eher zum etwas älteren Modell, zum S7 Pro Ultra. So oder so, beide Modelle haben wir euch für eine weitere Recherche, wie gesagt, auch unten mal in der Beschreibung verlinkt. Stellt da unbedingt jetzt noch eure eigenen Recherchen an und schaut da unbedingt auch mal für den tagesaktuellen Preis vorbei, falls ihr eines der Modelle bestellen wollt. Das war es nun aber von uns und unserem kurzen Vergleich. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit eurem neuen Staubsaugerroboter.